Hallo sehr geehrter Zuschauer! Schön, dass ihr eingeschaltet habt und diese Passidentität ist eine Fälschung. Das heißt, das ist gar nicht sicher. Wie ich so gehört habe, ist das gar nicht sicher so. Die haben keinen richtigen Datenschutz. Die werden unsere Daten weitergeben und und dann werden die dann unsere Daten benutzen. Das ist scheiße. Wenn ihr sowas auch macht, bitte nicht angeben. Passidentität ist nicht gut. Tschau Leute!